Freunde des Pokémon Sammelkansch, hier sind wir wieder. Der Luca, der Papa, ich habe nicht mal ins Auto gesetzt, es regnet draußen. Heute am 29.12.2018, zwischen Weihnachten und Neujahr, konnte Luca sich wieder zwei Booster ergattern. Wie ihr sehen könnt, das Package von Netto. Wir befinden uns auf dem Normator. Ja, komm mal, schlatsch, pack mal raus. Ich habe Licht angemacht. Zeig euch mal, was du für Booster ziehst. Für Booster. Für Karten aus deinen beiden Boostern. Ja, auch noch mal zur Weh, der Luca. Hallo, Luca. Wünsche ich unbedingt eine Rainbow-Karte. Aber hat schon ein paar mehr und er zieht und zieht keine. Wobei ich sagen muss, ich habe einen Rainbow selber gezogen, das war immer auch kein Timo, was war das. Alle anderen Rainbow-Karten habe ich von Pascal erworben. Das heißt, das ist verdammt, in eine solche zu ziehen. Online-Code. Hier, genau, nach vorne fangen. Und dann zeige ich uns mal, was du hast. Warte mal. Weißt du, wie die alle heißen? Was ist die? Die man hält sich gerade, Schatz. Ne, nur die oberste, die du ziehst immer. Das ist die Boden-Energie. Das ist Energie-Umschalter. Das ist ein Lombrero. Hallo, nicht so schnell. Funky, Farb, Wingull. Ein. Da war schon. Wurme, Reverse. Und ein. Dioxys, also Rehkarte. Leiderlich ein Holo. Sondern nur alt-Sternkarte. Ach, die erste. Wie ihr schon gehört habt, die hat mein Sohn schon. Er ist noch nicht begeistert von diesem Fallbuchschlag. Aber er hat sich das Package von Netto selbst ausgesucht. Er stand, glaube ich, vier oder fünf zur Auswahl. Er hat sich diesen rausgesucht. Normalerweise hat er absolutes Pack. Darum würde ich, wenn nicht einen mir holen würde, auch ihn aussuchen lassen. Online-Code, fangen wir zur Seite. Wir haben in der Weile knappe 200 Online-Code zu Hause. Mal gucken, wo wir damit hingehen. Maske, Regen, Wildwartung, Fluss, 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 ganz so schnell, mein Schatz. Barnett, Reverse, Holo. Und ein. Wreck-Eyes. Schade, keine Holo, keine Reverse, keine Rainbow. Vielleicht beim nächsten Booster. Super. Vielleicht bist du ja bald wieder Booster. Eine Box willst du haben? Er möchte unbedingt in die Cosma-Box haben. Aber aktuell haben wir ihm gesagt, er muss selber sparen. Er muss lernen, dass er das Ganze nicht geschenkt bekommen. Auch wenn es kein Problem wäre, die zu kaufen. Muss er lernen, dass er nicht alles bekommt. So, damit verabschieden wir uns. Ich persönlich habe von Weihnachten mal ein riesen Package bekommen. Einmal die Grandiras Promokartenbox. Die XXL-Box. Ich weiß nicht, fünf Booster sind drin. Vier Booster, sechs Booster. Plus, ich glaube, zehn, fünfzehn weitere Booster, die ich geschenkt bekommen habe. Die werde ich alle im weiteren Video aufmachen. Heute war nur einmal kurz beim Einkauf bei Netto, dass Luca auch der Booster hatte. In der Hoffnung, eine Rainbow zu ziehen. Bis zum nächsten Video. Schaltet wieder rein. Lass ein Like da und abonniert ruhig. Empfehlt mich weiter. Denn nur zusammen können wir stark sein.